Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe es auf Instagram schon angeteasert. Bei Rossmann konnte man tatsächlich oder kann man aktuell die Catrice Box bestellen. Die Catrice Surprise Box. Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Ich habe die denn nämlich noch gar nicht aufgemacht. Ich meinte, dass die 29,99 gekostet hat und irgendwie einen Warenwert von 80 Euro haben soll. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Und bei Rossmann gibt es doch diese Surprise Boxen immer wieder von Wet n Wild, von Physicians Formula, jetzt auch von Catrice, von Essence gab es die glaube ich auch mal. Und so ein bisschen wird man angeteasert, aber ich will schon ganz genau wissen, was drin ist. Hier sehen wir dann einmal den Blick in die Box und sie ist wirklich gut gefüllt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das vielleicht sogar nehmen könnte. Um gegebenenfalls ein Adventskalender damit zu befüllen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Produkte da drin sind. Ich glaube, das war 20-teilig angekündigt. Ja, wir schauen jetzt einfach mal rein. Wir haben hier so einen Flyer mit drin, wo dann auch die Inhaltsstoffe von manchen Produkten draufstehen. Ich weiß nicht, ob das alle betrifft. Und ein bisschen Grübelpapier, also wirklich ganz wenig. Und ich nehme mal das erste Produkt raus. Und ich rechne euch natürlich auch den Wert aus von dem Produkt. So, als erstes habe ich ein Hundehaar an der Nase. Sammy, das hast du ganz toll gemacht. Oh, das ist von Catrice. Das ist alles von Catrice. Der Triangle Artist Eyeshadow Brush. Und der sieht ja mal sehr interessant aus. Komm, das müssen wir uns mal von Namen anschauen. Den musst du aus deiner Verpackung rausnehmen. Weil der sieht aus wie eine Zahnbürste. Das ist so witzig. Das ist wirklich witzig, oder? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man damit richtig gut Lidschatten auftragen kann. Aber das ist eine sehr, sehr andere Art und Weise von einem Pinsel. Also du machst dann hier so ein Produkt drauf. Dann kannst du dir das richtig so auftragen. Das finde ich super witzig. Also ich denke so gerade Produkte wie so Glitzer-Lidschatten, die ich jetzt auch drauf habe. Ich glaube, ich habe von Dominique Cosmetics die Latte 2 Palette gerade drauf. Ja, das wäre glaube ich eine ganz coole Nummer, ne? Aber das sieht so witzig aus. Ich feiere den ziemlich. Also ich mag es, wenn wir einfach mal neuartigere Pinsel haben. Und der gehört auf jeden Fall dazu. Ich habe so einen auch schon. Aber also aus der Reihe, ne? Das ist dieser hier von Catrice. Den habe ich auch. Den kann man für Puder verwenden. Den kannst du aber auch für Foundation, für Cream-Produkte verwenden. Kontur, Blush, was auch immer. Sehr interessant. Okay, das war das erste Produkt. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar haben wir hier das Lip Treatment mit Shea-Butter von Catrice. Und das nennt sich Lip Pyjama. Okay, also das kannst du dann am besten wahrscheinlich über Nacht verwenden. Da kann ich mir das auch gut vorstellen. Ansonsten würde ich sowas eher weniger verwenden. Ach, das ist noch zugeklebt. Dann lasse ich das auch mal zugeklebt. Bei manchen Produkten muss ich natürlich erst schauen, ob ich das dann behalten werde, ne? Aber das hört sich ganz gut für mich an, tatsächlich. Dann haben wir hier einen Nagelsticker. Das wird auf jeden Fall weiter wandern. Denn sowas ist nichts für mich. Ich bin einfach viel zu sehr Fan davon, mir selber die Nägel zu lackieren. XO, XO, Holo ist übrigens hier die Farbzeichnung, was ich sehr witzig finde. Und zusätzlich ist es auch noch so, dass mein Nagelbett ist zum einen sehr, sehr lang und zum anderen auch sehr, sehr breit beigebogen. Und da sind solche Nagelsticker dann leider echt fast alle zu klein. Und das ist irgendwie blöd, ne? Da macht das auch keinen Spaß, weil für meinen Daumen werde ich hier im Leben niemals irgendwie eine passende Nagelfolie finden. Ich mag dieses Nagelfoliengedöns gar nicht. Auch diesen Hype. Okay, dann haben wir etwas hier drin. Das hatte ich mal in einer Amazon Beauty Surprise Box drin. Da kann man nämlich tatsächlich auch diese 25 Teile Markenkosmetikgeschichten bestellen. Packe ich dir auch mal unten in die Infobox. Da hast du halt wirklich ein Überraschungspaket, weil du dann noch nicht mal weißt, von welcher Marke da was ankommt. Aber da hatte ich dieses hier schon mal drin. Das fand ich übrigens sehr cool. Stick in Mirror. Und da haben mir ganz, ganz viele von euch geschrieben, dass sie das auch super gerne gehabt hätten. Hier hast du nämlich so Spiegel dran, die halt selbstklebend sind. Und die kannst du an verschiedene Produkte dran kleben, wo halt kein Spiegel dran ist und wo du ihn vermisst. Zum Beispiel diese kleinen Runden sind halt super für Lippenstifte. Dieses größere ist dann für eine Lidschattenpalette zum Beispiel. Dieses kleine kannst du verwenden, auch irgendwie für einen Puder oder sowas. Und dann hast du hier noch zwei Runde, also zwei große Runde. Mega cool. Also da habe ich auch wirklich alle von schon verwendet gehabt. Und ja, kann ich jetzt auf jeden Fall auch wieder nachlegen in meiner Sammlung, denn ich vermisse immer Spiegel. Dann haben wir hier etwas mit drin. Ja, Magnetic Accent Lashes. Das ist nicht unbedingt meine Welt. Reusable, easy to apply, no glue needed. Also das ist halt dann quasi, dass du dir die obere Lashline auf deine Wimpern setzt und dann nimmst du die untere Lashline und klipst das dann so von unten dran. Und für mich ist es ein bisschen zu schwer. Ich habe eine Freundin, die das sehr, sehr gerne macht und verwendet. Und bei ihr funktioniert das auch gut und sieht total natürlich aus. Bei mir funktioniert das überhaupt nicht und sieht total unnatürlich aus. Deswegen, ich bin kein großer Fan von künstlichen Wimpern. Und hier sieht das auch irgendwie so aus, als hättest du ein ziemlich großes Wimpernbändchen damit bei. Ich weiß nicht. Also nicht ganz so meine Welt. Aber es muss ja nicht alles mir gefallen, ne? Das muss ich mir ja mal sagen. Dann habe ich hier ein Produkt drin. Das ist ein Nagellack. Den finde ich aber sehr, sehr schön. So etwas Ähnliches habe ich aber schon da tatsächlich. Das ist ein Ico Nails Gel Lacker und das ist die Farbe. Hast du eine Farbe? Das ist nicht die Farbe. 54 All That Glitters Is Gold. Ja, den hatte ich auch schon mal, glaube ich. Ich habe so einen ähnlichen da. Also ich brauche den ja nicht in 5 Millionen verschiedenen Varianten. Ich denke, der wird in den Nagellack Adventskalender wandern, den ich sowieso gerade am Packen bin. Deswegen macht das schon Sinn. Der ist aber schon schön, ne? Also den kannst du dir entweder solo aufgeben oder als Topper. Und sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Ich bin ja mittlerweile relativ angetan von Nagelprodukten. Deswegen, ne? Da bin ich auch ganz entspannt. Dann haben wir hier etwas. Und das finde ich schön. Aber wir haben ja schon einen Lippenbeisamstift drin gehabt. Das ist ein Volumizing Lip Balm. Das ist dieser hier. Und das ist einfach ein Lippenbeisam, der dir die Lippen voluminisieren soll. Okay, der sieht auch sehr pflegend aus, ne? Wird dann wahrscheinlich einfach durchsichtig auf den Lippen werden. Das finde ich cool. Wir müssen uns natürlich darauf einstellen oder hätten es von Anfang an tun sollen, dass wir in dieser Box auch sehr, sehr viele ausgelistete Produkte drin haben werden, ne? Das sollte uns allen durchaus bewusst sein. Witzig. Hier habe ich tatsächlich den Pinsel drin, den ich ja schon da habe. Das ist der Powder Brush. Den habe ich euch eben schon gezeigt. Der nennt sich Sloped. Genau. Witzig. Ich habe euch den eben gezeigt und jetzt haben wir den hier mit in der Box. Ja, wie gesagt. Also. Ist abgeschrägt. Hat hier natürlich dieses Triangelgedöns. Ich habe diese Limited Edition nicht mitbekommen. Ich wusste nicht, dass sie sowas haben. Ja. Hier oben drauf ist er dann halt... Also von dem Pinselheim, man sieht es wahrscheinlich, wenn ich da so gegendrücke, ne? Es ist halt sehr, sehr leicht gebunden. Also es ist nicht so fest gebunden. Aber du kannst es halt so als Zwischending von einem Foundation-Pinsel und einem Stippling-Brush verwenden. Und so mache ich das auch ganz gerne. Und der gefällt mir. Ja. Schön, dass er hier mit drin ist. Und dann haben wir hier eine Lidschattenpalette drin. Die hatte ich auch schon mal da. Habe ich weitergegeben, weil ich diese Art der Lidschattenpaletten von Catrice nicht so gerne mag. The Blazing Bronze ist das. Ich glaube, die ist sogar schon ausgelistet. Call it what you want ist hier die Bezeichnung. Und ja, die ist schön. Die ist wirklich schön einsetzbar. Die ist schön ins Violette, Warme gehende. Und ja, aber ich mag halt diese Arten von Catrice, von diesen Fännchen-Arten nicht so gerne. Die einzige, die ich von diesen Fännchen-Arten akzeptiere, oder die zwei einzigen, ist einmal die Maybelline City irgendwas und die Essence Rose Nudes oder so heißt die, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es auch sehr ähnlich, weil du halt nicht wirklich so Erhebungen hast oder die Fännchen liegen halt nicht tiefer oder höher oder sonst irgendwas, sodass du halt ständig, mir gefällt das nicht. Ich finde das einfach, einfach nicht ansprechend. Okay. Dann haben wir hier noch einen von den Pinseln drin. Der ist ja geil. Boah, sieht der gut aus. Das ist dieser hier. Der nennt sich Natural. Und den hole ich jetzt auch mal aus seiner Verpackung raus. Den finde ich ja richtig cool. Also diese Form, ne? Das ist so ganz anders. Und das ist halt, ja wie so ein ganz normaler Lidschattenpinsel, aber halt so. Und dass du dann quasi so damit an den unteren Wimpernkranz gehst oder so an den oberen oder dass du das dann so aufträgst und so. Sehr, sehr witzig. Das gefällt mir. Dann haben wir hier natürlich eine Mascara drin. Und das ist die Rock Couture Extreme Volume Mascara. 24 Stunden soll sie dir Volumen geben. Ich finde, also ich hatte davon den Eyeliner. Und ich finde hier oben dieses Zauberstabmäßige extrem schön, extrem ansprechend. Ich denke, dass ich die tatsächlich weitergeben werde. Deswegen scheue ich ein bisschen davor, sie zu öffnen. Das ist tatsächlich eine Mascara, die schön aussieht von außen, ne? Mit diesem Rose Gold. Die soll Volumen geben. Die soll 24 Stunden halten. Bin ich sehr gespannt. Ultra Black Mascara. Ultra schwarze Mascara für ein extremes Volumen, Länge und Schwung. Für einen rockigen Catwalk Look, der den ganzen Tag hält. Augenärztlich getestet. Und das ist halt ein Produkt, was leider schon ausgelistet ist. Ja, aber ich möchte sie weitergeben. Hier haben wir, also du kannst hier wirklich eigentlich fast ein Full Face mitschminken. Denn hier haben wir einen Highlighter drin. Arctic Glow in der Farbe 010 Jupiter Glow. Der ist mir persönlich zu kühl. Ich hatte den auch schon mal da, hab den dann weitergegeben. Genau. Aber der ist sehr, sehr intensiv. Der hat aber schon einen ordentlichen Glitzeranteil. Und der ist sehr, 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 sehr kühl. Also da siehst du halt wirklich dieses Weiße, dieses Lila schimmernde. Muss man mögen. Ansonsten ist es wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Alternativ haben wir hier aber noch eine weitere Lidschatten, ach Quatsch, Highlighter Palette. Und zwar die Luminize Highlight and Bronx Glow Palette. Das ist diese hier. Und die müsste ich tatsächlich schon da haben. Das ist die Farbe 020 Feel Gold. Und die schaut wirklich toll aus, ne? Die ist richtig, richtig gut. Gut, macht einen schönen Glow auf der Haut. Hier kannst du wirklich dir auch genau das aussuchen, was du brauchst. Du hast einen Soft, nein, hier, einen soften Highlighter. Einen Champagnerfarbenen normalen Highlighter. Und das hier ist ein Bronzing Highlighter. Also ein bisschen dunkler. Und ja, die ist toll. Die ist schön. Wobei ich diesen in der Mitte wahrscheinlich am besten finden würde. Aber sehr cool. Siehste? Ganz schön krass geht das hier ab. Okay, als nächstes haben wir etwas. Das kann man dann in Kombination mit dem Pinsel verwenden. Shape in the Box Contouring Palette. Und Fixing Powder ist hier drin. Das ist ja auch cool. In der Farbe 010 Light. Damit kannst du Highlight setzen, konturieren und das Ganze dann am Ende fixieren. Das finde ich schön. Ich habe jetzt einige... Ne, das ist gar keine Cream Palette, ne? Ich dachte erst, das wäre eine Cream Palette. Ne, das sind pudrige, pudrige Texturen. Das finde ich cool. Wer denkt, die Box wäre leer? Der Irrt. Und altobelli, da haben wir echt viele Produkte drin. Hier haben wir noch einen weiteren Nagellack. Und das ist so eine hammergeile Farbe. Das ist die 48 All's Well That Ends Pink. Richtig geil. Das ist auch so metallisch schimmernd. Sowas ist ja voll mein Ding, ne? Ich mag das gerne, wenn es ein bisschen auffälliger ist. Mega. Weil ich mich ja zum Beispiel im Alltag gar nicht wirklich schminke. Da mache ich mir einfach nur ein bisschen Mascara drauf und fertig. Und das, womit ich dann halt so ein bisschen eskaliere, sind halt meine Nägel. Weil die sind immer bunt, ne? Ich habe jetzt auch gerade so ein Lila drauf. Also, mag ich gerne. So, wir haben noch ein weiteres Nagellack-Produkt. Komm, wir bleiben jetzt erstmal bei den Nagellack-Sachen. Und zwar ist das so ein Kupfer. Good Nails Only Nummer 58. Ich glaube auch halt, dass diese Ico Nails, ne? Dass es ausgelistete Produkte sind. Aber die sind wirklich schön. Und die halten halt gut. Das Einzige, was ich bei denen nervig finde, ist halt, du musst immer erst diesen eckigen Deckel abmachen und kannst dann hier erst aufdrehen. Also, das finde ich immer ein bisschen wie so, ne? Aber gut. So, und das vierte Nagellack-Produkt, was hier mit drin ist. Und ich glaube, genau, das ist dann das letzte Nagellack-Produkt. Ico Nails Gel Top Coat Boosts Shine Up to 10 Days. Also, ich verwende immer ein Top Coat als obendrüber bei meinen Nagellack-Geschichten. Weil das Ganze dann halt wirklich noch ein bisschen mehr shiny wird. Es wird einfach haltbarer. Es wird stoßfester. Es wird kratzfester. Es wird Adventskalender-Opening-fester. Tatsächlich. Es wird gartenfester. Deswegen finde ich es gut, dass wir hier auch ein Top Coat mit drin haben. Sieh'se wohl. So, dann kommen wir jetzt mal zu ein bisschen Lippenkram. Und zwar haben wir Prisma Lip Glaze hier drin. Das ist dieser Lip Gloss, würde ich mal so sagen. Die Farbe 080 Liquid Stardust. Und da hast du halt auch so rosafarbene und auch sehr, sehr helle Schimmerpigmente mit drin. Die finde ich auch sehr ansprechend. Und dann haben wir hier noch ein Primer mit drin. Mit, geil, With Hemp Oil mit Hanföl. No More Red. Und das ist ein Anti-Red Primer mit 30ml. Und das finde ich cool. Sowas mag ich ja gerne leiden. Da siehst du vielleicht so ein bisschen aus wie Mr. Hulk. Aber, ne, ab und an. So, um die Rötung wegzukriegen. Vielleicht so auch in der Kindpartie und so. Ist das eine ganz gute Geschichte für unten drunter. Ich hoffe, dass sowas dann auch feuchtigkeitsspendend ist. Weil das brauche ich ja. Hier steht's. Beruhigende und feuchtigkeitsspendende grüne Grundierung mit Hanföl. Die Rötung perfekt ausgleicht. Verleiht ein ebenmäßiges Hautbild. Verlängert die Make-Up-Haltbarkeit und schenkt ein frisches Tragegefühl. Und dann den Make-Up auftragen. Dermatologisch getestet. Und vegan. Ja, finde ich cool, ne? So, dann haben wir noch ein weiteres Lip-Produkt. Und zwar den Plumping Gel Lipstick in der Farbe 060. Oder Power Plumping Gel Lipstick. Auch das ist leider ein Produkt, was ausgelistet ist. Aber diese Farbe ist schön, ne? So ein Lila. Oh, passt jetzt gerade voll zu meinen Nägeln, ne? Da muss man immer aufpassen, dass es dir halt keine gelben Zähne macht tatsächlich. Aber dieses Lila in diesen Gel, oh, die Sonne, in den Power Plumping Gel Lipsticks ist immer so ganz leicht. Also diese Farbabgabe, ne? Ist immer so ganz leicht, ganz sheer. Also dementsprechend ist das alles soweit in Ordnung. So, dann haben wir hier die letzte Lidschattenpalette. Und ja, wir haben tatsächlich zwei Lidschattenpaletten drin. Das ist die Crystallized Rose Quartz Lidschattenpalette. In der Farbe 010, Sister of My Soul. Mega. Ja, das war auch so eine Edition, die ausgelistet wurde, glaube ich, ne? Die Qualität hatte mich persönlich nicht ganz so überzeugt. Ich habe aber bei sehr, sehr vielen anderen Reviews gesehen, die extrem angetan waren davon. Schön finde ich übrigens, dass wir auch hier wieder die violette Variante haben, ne? Also hier hast du dann halt Precious als ein Eyecatcher-Ton. Der passt dann wieder zu dem Lippenprodukt. Und passt halt auch zu diesem Nagellack dann dazu, ne? Es ist schon cool gemacht, dass wir das hier alles relativ gut zusammenpassend haben. Schön. So, und als letztes haben wir hier Browcom Designer. In der Farbe 010 Medium Brown. Das ist dieser hier. Ich glaube, dass das ein Produkt ist, was ausgelistet wurde. Aber Catrice hat jetzt ja sowas ähnliches wieder mit reingenommen. Ich glaube, dass das hier das Produkt ist, was Maxime Giacomo immer so geil findet. Weiß ich nicht. Micro Precise. Oder ist das noch ein anderes? Ich weiß nicht. Das sind so drei Zacken. Ich komme mit sowas nicht wirklich klar, muss ich gestehen. Das ist halt so ein Filzstift-Applikator. Mit dem kannst du dir auch so feine Härchen einziehen. Ich persönlich komme einfach besser mit ganz normalen Stiften klar. Das ist so mein Ding. Das war jetzt tatsächlich der Inhalt von der Catrice Price Box. Sofern es sie noch gibt, packe ich euch in die Infobox mal den Link dazu. Und jo. Ne? Ich fand sie sehr gelungen. Also wie gesagt, 29,99 Euro. Soweit ich das richtig im Kopf habe, hat die gekostet. Ich finde das für die Fülle an Produkten, die man bekommt, durchaus legitim. Und ja. Das war es auch schon von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Auch wenn das keine ist, aber gut. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.